New Work, frei übersetzt die neue Art zu arbeiten, steht für die Zukunft unserer digitalisierten Arbeitswelt. Denn die Globalisierung und die digitale Vernetzung leiten einen Wandel ein. Das führt zu innovativen Arbeitsmodellen. Homeoffice, mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten, Job-Rotation oder Co-Working Spaces sind nur der Anfang. Die Zukunft des Arbeitens ist digital. Weitere Infos gibt's in unserer Webserie über das digitale Büro und auf ewe.de.